Was Corks mittlerweile alles für Collabs hat, ist ja geisteskrank. Anscheinend kommt eine Nike SB Kobe Collab. Und wir haben tatsächlich noch einen weiteren Colorway vom Travis Scott Jumpman Jack. Und damit jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zum Video auf meinem Kanal. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneaker News. Eure Sneaker News jeden Mittwoch hier. Hier besprechen wir wie immer die aktuellen Sneaker Releases aus den nächsten Tagen. Und kommen dann anschließend immer zu den ganzen Leaks, die ich rausgesucht habe. Releases, die also die nächsten Monate dieses Jahr oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr rauskommen. Und wir haben natürlich auch für diese Folge wieder einige sehr, sehr krasse Releases am Start. Auch diese Woche kommen noch ein, zwei Banger, würde ich sagen. Deshalb starten wir auf jeden Fall direkt rein. Also let's go. Los geht's morgen am Donnerstag, denn da kommen nämlich so die meisten Releases raus. Fangen wir an mit ein paar New Balance Modellen. Zum einen hier der ML860 in diesem Grey Purple Colorway. Ist eine coole Solhouette. Auch der Colorway gefällt mir ganz gut. Retail hier 160 Euro, ist aber eher ein reiner Personal. Der kommt nochmal in so einem grau, ja, babyblauen Colorway raus. Finde ich sogar noch ein bisschen cooler. Ist zum Beispiel für den Frühling und für den Sommer auf jeden Fall ein super Ding. Kommt da bei einigen Retailern raus, wie zum Beispiel jetzt hier bei 43,5, morgen um 0 Uhr. Der New Balance Warped Runner kommt auch noch in zwei Colorways raus. Das ist so eine etwas neuere Silhouette von New Balance, die mir aber eigentlich ganz gut gefällt. Sieht sehr futuristisch aus durch diese, ja, fette Sohle. Kommt einmal in diesem grau, beige, schwarzen Colorway raus. Für Retail 180 Euro. Müsste auf jeden Fall sehr, sehr bequem sein. Das Ganze kommt aber auch nochmal in einem helleren Colorway raus. Auch in grau, beige und schwarz gehalten. Wie gesagt, einfach zwei Stufen heller. Auch für Retail 180 Euro. Wenn ich mir einen aussuchen könnte, würde ich aber auf jeden Fall den hier nehmen. Kommt auch um 0 Uhr raus. Von Nike kommt bei ganz, ganz vielen Retailern noch der Nike Air Homara an den Pacific Moss Colorway raus. Was so ein grün-bronzefarbener Schuh ist, also auch die Sohle ist so wirklich bronzefarben, glänzend. Retail 170 Euro. Kommt bei den meisten Retailern eben morgen um 9 Uhr. Genauso wie der Nike McAttack zusammen mit Social Status in diesem weiß-schwarzen, ja schon fast cremeweißen Colorway. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das auch einer von denen ist, wo man unter dem weißen Upper noch so ein glänzendes Material hat. Kostet Retail aber nur 140 Euro. Der McAttack ist halt irgendwie immer noch nicht so mein Schuh. So die Colab an sich ist aber eigentlich ganz cool und von den Materialien sieht er auf jeden Fall auch clean aus. Dann kommt noch ein Nike Dunk raus in Premium-Materialien, nämlich der Red Stardust. Droppt auch bei den meisten Retailern um 9 Uhr und ist in so einem korallen Rot, Lachsrot gehalten mit beigen Akzenten auf dem Upper, auf den Laces und einem weißen Swoosh. Ist auf jeden Fall ein super cleanes Ding, gerade für Frauen. Dann ganz crazy kommt ein Converse Chuck 70 Deluxe Squared mit Swarovski raus. Das sind halt hier dann Swarovski-Steine, also Glas-Steine. Der ist aber auch von der Form her so ein bisschen anders, gibt mir so leichte Rick-Owns-Vibes. Retail sind hier auch 300 Euro. Das Ganze ist anscheinend auch limitiert. Ob das Ganze jetzt was im Resale geht, das kann ich euch nicht so genau sagen, weil Converse immer sehr schwierig ist, das einzuschätzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der trotzdem sehr schnell weg sein wird. Und weiter geht es am 2. Februar, also am Freitag, mit einer Lacoste-Collab, zusammen mit High Snobility, auf dem Lacoste, auf dem Lou Free 2K 24-12-4-1. Ach komm, ihr könnt es ja selber lesen. Gibt mir so ein bisschen Adidas Oswego-Vibes. Warum auch immer, ist sehr, sehr ähnlich, so würde ich sagen. An sich ein cleaner Colorway, wäre jetzt absolut nicht mein Schuh. Retail dafür 220 Euro. Am gleichen Tag kommt noch in der Sneakers-App ein Dank raus, nämlich der Light & Marie Blue für Retail 130 Euro, der in so einem, ja, rosa-pastellfarbenen, blauen Design gehalten ist. Somit eines der coolsten Releases ist auf jeden Fall der Nike Dunk Low Brazil oder wie auch hier Pine Green und Varsity Maze genannt wird. Für mich ist das der Brazil. Was bei dem Dank besonders ist, das ist quasi nochmal ein Re-Release oder ein Restock halt eher von dem Re-Release. Der kam ja 2020, glaube ich, schon mal raus. Ist halt ein Dunk mit einer besseren Lederqualität, mit einem höheren Shape, die mir auf jeden Fall in der Regel besser gefallen. Also wenn man sich noch einen Dunk kaufen will, dann sollte man sich auf jeden Fall einen von diesen eher kaufen. Retail 130 Euro, macht man jetzt nichts mit falsch. Ist ein super cleanes Ding von Sommer, wenn man denn noch Dunks tragen möchte. Und zu meinen Augen der beste Release dieser Woche, der am 3.2. rauskommt, den ich mir eigentlich auch irgendwie einpacken muss, ist der Jordan 3 Craft Ivory. Das Besondere bei dem Schuh, es ist halt aus der Craft Series, heißt hier hat man eben so den kompletten Schuh so ein bisschen umdesignt. Wir haben viele doppelte Elemente. Ansonsten ist der Schuh in meinen Augen in einem super schönen Farbspektrum gehalten. Hauptsächlich Creme Weiß mit beigen Akzenten und grauen Details. Super cleanes Ding. Wie gesagt, werde ich versuchen auf jeden Fall einzupacken. Nächste Woche Dienstag ist auch noch ein wichtiger Release, nämlich der Jordan 1 Low in dem Chinese New Year Colorway. Es kommen noch ein paar andere Chinese New Year Silhouetten, zum Beispiel hier auf diesem Jordan 38, auf dem Spice Side Glow oder auf dem Jordan 1 Low Retro. Aber in meinen Augen ist der normale Jordan 1er Low in der OG Version der relevanteste. Retail 160 Euro, wird auch ein bisschen was im Resale gehen. Wie gesagt, aber erst nächste Woche Dienstag, also am 6.2. Das wären jetzt auf jeden Fall auch alle wichtigen Releases gewesen, beziehungsweise so die wichtigsten, die ich euch jetzt rausgesucht habe, weil diese Woche war echt früh, auch mit ganz, ganz vielen General Releases. Kommen wir aber dafür jetzt zu den ganzen Leaks, die ich rausgesucht habe. Und los geht's da mit offiziellen Fotos von dem Nike S-Bedunk Low. Life, love, love. Der hatte, glaube ich, auch mal den Namen Big Money, aber anscheinend heißt er jetzt hier anders. Ich muss sagen, von den Materialien her sieht der wirklich sehr, sehr krass aus. Also auch wenn er mir vom Colorblocking so nicht ganz gefällt. Gerade mit den Role Places, die man echt nicht so oft sieht. Und dann noch dieses verzierte Muster auf der Außenleite, was wirklich sehr, sehr cool aussieht. Der soll irgendwann im April rauskommen. Wann genau, das wissen wir noch nicht. Dann, sehr, sehr krass. Es soll ein Chinese Exclusive Air Force geben, der nur für das Chinese Snowy Air gemacht wurde. Und ihr könnt ja selber sehen, das Ganze sieht wirklich krass aus. Also das könnte fast schon so eine Clot Collab sein. Der ganze Schuh ist wahrscheinlich auch so ein Satin-Material. Und dann hat man überall diese ganzen Verzierungen drauf. Retail sollen hier 365 Dollar sein. Also so ungefähr 360, 380 Euro, je nachdem. Fragen würde ich die, glaube ich, nicht. Nicht, aber so zum Hinstellen ist das wirklich ein, ja, geisteskranker Schuh. Was SB Dance angeht, sollen diesen Monat aber auch noch zwei Releases rauskommen. Das wäre nämlich das Valentine's Pack. Einmal in diesem hellen Bone Colorway und einmal in diesem Burgundi Colorway. Wenn ihr mich fragt, ich finde es beide cool. Ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht entscheiden. Auch wenn ich den Bone, weil er halt ein bisschen heller ist, so ein Stückchen besser finde. Und beide haben eben diesen roten Faden im wahrsten Sinne des Wortes im Design mit drin. Was so ein bisschen für das Band of Love steht oder so. Kann man beide auf jeden Fall super tragen. Dann soll diesen Sommer noch eine Jordan Slides Version rauskommen. Und ist halt wirklich so ein, ja, Slide in einem Sale Colorway. Also in so einem Cremeweiß. Wie man das von Jordan Brand gewohnt ist, sind die Silhouetten, was Slides angeht, wirklich sehr speziell. Auch hier wieder. Ist jetzt aber nichts, wo ich sage, muss man jetzt unbedingt haben. Von Fear of God soll es anscheinend schon diesen Monat einen neuen Batch geben. Mit diesen Colorways, ihr könnt ja sehen, die sind alle so sehr in Cremefarben gehalten. In dem Fall hier sogar mit schwarzen Akzenten. Auch hier die beiden Modelle sind halt eher so Creme, Grau. Auch hier muss ich aber wieder sagen, ich persönlich bin nicht so ein Fan von diesen Modellen. Auch sind die Retailer alle sehr, sehr teuer. Und ich glaube, die waren so teuer, dass ich sie mir auf jeden Fall nicht holen wollte. Deswegen für mich eigentlich eher uninteressant. Von Nike und Jack Muse gibt es anscheinend dieses Jahr auch noch eine weitere Color. Diesmal auf dem Air Max 1er. Und den hat man hier wirklich ein bisschen verändert. Zumindest so vom Upper her. Das Ganze läuft jetzt sehr spitz zu. Der Shape wurde also ein bisschen überarbeitet. Und wir haben halt hier so ein paar Jack Muse Akzente und so ein paar chinesische Details. In meinen Augen hat man hier aus dem Sportlichen eher einen edleren Air Max gemacht. Finde ich eigentlich so an sich ganz cool. Nur würde ich diese ganzen silbernen Farbtöne nicht tragen. Der weiße, finde ich, ist dann doch schon wieder sehr clean. Wann das Ganze rauskommen soll, steht noch nicht ganz fest. Aber auf jeden Fall so Richtung Sommer dieses Jahres. Dann habe ich diesen Air Force gesehen und dachte mir, what the fuck, was ist hier passiert? Als würde so das Air Bubble hier so durchplatzen. Ist wie gesagt ein sehr, sehr spezieller Air Force. Auch hier das Swoosh ist so ein bisschen einzigartiger gemacht. Und ist mal cool, dass man bei dem Air Force den Air Bubble sieht, weil ich glaube, das gab es auch noch nie. Von Nike und Undefeated gibt es dann noch den Air Terra Humara in dem Play Dirty Colorway. Das Ganze soll jetzt schon im Februar rauskommen und ist von der Silhouette wirklich was sehr, sehr Spezielles. Bin mir gar nicht sicher, ob die hier was verändert haben, weil der Air Humara ist ja eigentlich ein bisschen simpler so vom Aufbau. Denn hier hat man diese ganzen Lace-Löcher wirklich nochmal so mit dem Upper verbunden. Ist schon ein sehr spezielles Ding. Wäre der Colorway jetzt nicht gerade so mintgrün, würde ich den vielleicht sogar ganz cool finden. Aber mir ist der auf jeden Fall ein bisschen zu laut. Und von Travis Scott haben wir jetzt hier nochmal einen weiteren Leak von einem weiteren Colorway. Diesmal in so einem Creme-Weiß und Weißen-Design. Und hier muss ich wirklich sagen, der gefällt mir jetzt, würde sagen sogar mit am besten. Und ich weiß auch so langsam nicht mehr, welcher überhaupt dann rauskommt und welcher nicht rauskommt und welchen ich überhaupt gut finden soll. Aber dem bin ich mir sehr sicher, dass er mir auf jeden Fall sehr gut gefallen würde, auch in echt. Und vor allem auch am Fuß. Hier haben wir nochmal so, ja, irgendwelche Hieroglyphen auf der, was das genau bedeuten soll. Das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ansonsten ist es und bleibt es halt ein sehr cleaner Colorway, den man auf alles tragen kann. Und wie gesagt, mir bis jetzt mit am besten gefällt. Von Action Bronzen haben wir auch einen neuen Leak, nämlich auf dem New Balance 1906R. Diesmal in sehr interessanten Materialien, die so leicht transparent sind. Auch der Colorway ist, wie man es von Action Bronzen gewohnt ist, sehr, sehr bunt. Muss man halt mögen, aber irgendwie passt es auch ganz gut zusammen. Einen Release-Set haben wir hier noch nicht. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, wenn Action Bronzen die Sachen selber liegt, dass sie dann schon sehr zeitnah rauskommen sollen. Noch ein New Balance wäre der 9060 zusammen mit der DTLR Exclusive. In so einem türkis-orangenen, gelben Design mit so leicht grün verwaschenen Akzenten. Rauskommen soll das Ganze auch jetzt schon am 6. Februar und eben auch nur bei DTLA. Und weiter geht es mit dieser Colab. Ich habe es vorhin ja auch schon im Intro gesagt. Es soll anscheinend dieses Jahr eine Nike SB Kobe Colab rauskommen. Was genau da rauskommen wird, kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht so ein SB-Dunk rauskommen wird, der dann What the Kobe heißt. Wo dann ganz viele Kobe Colorways in einem SB-Dunk so verbunden sind. Was auf jeden Fall sehr, sehr cool wäre. Aber ansonsten habe ich wirklich gar keine Ahnung, was da rauskommen könnte. Dann habe ich es ja auch vorhin schon gesagt. Crocs hauts wirklich dieses Jahr noch ganz, ganz viele Collabs raus. Zum einen diese hier mit Naruto, wo man auch wirklich so teilweise irgendwelche Wurfstelle auf den Schuhen so als Add-On mit drauf hat. Finde ich persönlich ist schon ein bisschen too much, aber ich kann mir schon vorstellen, wer sowas tragen würde. Eine Spongebob Collab soll anscheinend auch rauskommen. Eine Toy Story Collab soll auch rauskommen. Hier auch das gleiche Spiel. Genauso wie bei dieser Disney Mandalonien Collab, wo man dieses Mandalonien-Volk von Star Wars innimmt. Wo zum Beispiel auch, wie heißt das Spiel nochmal? Yoda? Meister Yoda mit drauf enthalten ist. Ja, muss man halt mögen. Finde ich persönlich, ist ein bisschen kindisch. Aber wie gesagt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, was für Menschen diese Crocs halt dann tragen würden. Und zu guter Letzt haben wir noch einen sehr, sehr krassen Air Force. Zumindest ist hier ein krasses Element dran. Nämlich besteht der Swoosh aus Laces, aus bunten Laces, aus Rainbow Laces. Auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Also Nike haut anscheinend hier echt dieses Jahr noch so ein paar einzigartige Sachen raus. Nur wird das Ganze wahrscheinlich eine GS-Version, also nur im Women's Size Run, soll am 17. Mai rauskommen. Das war es aber auch mit den ganzen Links gewesen. Schreibt die immer in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut. Was ihr auf jeden Fall einpacken werdet und was nicht. Danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne, liked da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine solche Videos mehr zu verpassen. Denn ihr werdet hier immer up to date gehalten. Also Freunde, haut rein und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.